Musik Hallo und guten Pfarrer an alle Pfadwindeln. Folgt mir nach Schorsika. Wenn man mit der Fähre rüberfährt, hat man erst das schöne Meer. Ein wunderschöner Lagerplatz. Musik Außerdem gibt es hier eine Kapelle mit einer Glocke. Musik Trotz diesen steinigen Gründen kann man am Korsika eine Superquote aufstellen. Musik Dort leben gastfreundliche Menschen. Wir haben in dem Zimmer geschlafen, da war eine Toilette. Dann kamen da Kinder rein und die haben uns einen Kilo einen Teller geschenkt. Musik Du willst Action. Musik Hier findest du sie. Musik Hier findest du sie. Musik Musik Außerdem gibt es hier wunderschöne, naturbelassene Orte zum Schwimmen und zum Baden. Musik Musik Superbadenschmaß. Musik Musik Tritt ein in eine Gemeinschaft. Musik Ein ganz wunderschöner Berge, unbeschreiblicher Natur, die einfach perfekt zum Wandern ist. Musik 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 Das ist Korsika, das Land der Pfadwinner. Musik 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 Musik